So Leute, wie geht's euch? Ich bekomme viele Nachrichten. Uwe, wie geht's dir? Ist alles gut? Oder auch bei meiner Frau sehe ich in der Story, sie beantwortet auch gerade ein paar Fragen. Leute, mir geht's bombenmäßig. Alles top. Auge wird auch wieder langsam, also geht langsam mehr auf. Und deswegen ist es ja so ärgerlich. Ein scheiß Cut. Ja, es ist ein Cut-Cut. Das war's dann aber auch. Wie gesagt, ich hab keine Fresse aus Stahl, leider. Aber deswegen ist es halt so ärgerlich. Weil im Endeffekt ist ja nichts. Man hat jetzt so ein bisschen dickes Auge und das war's. Sonst ist alles top und bomb mäßig. Was ich euch sagen wollte, ich fühle mich richtig geil, Leute. Und ich hab Bock auf die Zukunft. Sag ich mal so. Versteht ihr das? Wir verstehen das. So Leute, wieder zu Hause. Und seht her, wenn ihr euch nochmal den Full Fight ansehen wollt, Leute. Da ist das neue Video. Swipet ab und ihr könnt nochmal den ganzen kompletten Kampf in allen Zügen genießen. Genießen. Genießen! Untertitelung des ZDF, 2020